Wir zerstören einfach Deutschland und wehe jemand beschwert sich, wer sich beschwert, ist rassistisch und rückwärts gewandt und böse und alt. Also hier gab es dann nach dem Brexit eine beispiellose Hetzkampagne von den Massenmedien. Also wann immer die Brexit-Leute sagen, wir haben die Schnauze voll, wir sind zurecht wütend, heißt es, oh mein Gott, das ist Hetze, das muss jetzt zensiert werden auf Facebook und Google und YouTube. Aber das Establishment hetzt und hetzt und hetzt und hetzt. Wir haben es gesehen mit Nigel Farage, das heißt, er ist ein Rassist und Guy Verhofstadt sagt, Farage hätte Nazi-Propaganda verwendet und so weiter und so fort. Und hier nun das nächste. Die Welt online labert von den Massen, die nichts wissen wollen, die dumm sind. Also diejenigen, die gegen die Europäische Union eingestellt sind, die Leute, die für den Brexit waren. Also die EU-Kritiker sind die dumme Masse, die nichts wissen will, die nicht denken kann, sondern die Masse, die nur fühlt. Dann, man spricht von alt gewordenen Kindern, also Leute, die nie erwachsen wurden. Dann enttäuschte, verbitterte alte Leute, enttäuschte, verbitterte alte Leute, die Rache an ihren Kindern und Enkeln nehmen. Also die nehmen ihren Enkeln und Kindern, nehmen die die Europäische Union weg. Also völliger Klassenkampf oder völliger Gesellschaftskampf, der hier geschürt wird, auch an den Unis. Vergessen Sie nicht, der Rekrutierungsort schlechthin für die Geheimdienste sind die Unis. Der Rekrutierungsort für andere Propaganda und für Bertelsmann und Co. Der Rekrutierungsgrund, der Rekrutierungsort Nummer 1 sind die Universitäten. Also wenn die Kids dann aus der Schule raus sind und von zu Hause ausziehen und nicht mehr dem Elternhaus unterworfen sind, dann werden sie in die Fänge genommen an den Unis und völlig verdreht und dann wieder ausgespuckt, in die Welt losgelassen. Und hier die Hetze in der Springerpresse heißt hier, intakte, reife Persönlichkeiten, also Erwachsene, haben gelernt Grenzen zu respektieren. Also die Erwachsenen, Denker, die die Europäische Union lieben und auf der anderen Seite die dummen, alten, verbitterten, idioten, Massen. Dann haben wir hier noch James Traub vom CFR, Heads dem Foreign Policy Magazine. Dass nur die geistig Normalen seinen politischen Ansichten entsprechen. Also wer so denkt wie er, sei geistig normal. Und der Rest der Leute sei verrückt, unzurechnungsfähig und wütend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017